servus servus und hallo zu einem neuen video falls du mich noch nicht kennst ich bin der fahrrad wohnwagenmann von wien ich bin der youtube star von der zukunft ja ich bin wenn man es genau genommen nimmt ich bin mit meinen fahrrad wohnwagen ja das ist ein fahrzeug von deutschland von deutschland wenn man es genau nimmt hierher nach jugoslawien gefahren das kannst du dir alles anschauen in meinen videos und ja ich habe das große problem dass ich abonnenten brauche ich brauche ganz 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 dringend abonnenten zum zum überleben ja ja genau dieses apartment da wo ich jetzt gerade bin das kostet geld das kostet geld und ja ich habe nicht viel geld ich ich lebe ich will eigentlich nur in einem fahrrad wohnwagen leben ja aber der fahrrad wohnwagen der hat ständig defekte ja und deswegen bin ich jetzt hier in seinem scheiß in einem scheiß apartment ja und hier sind meine ich darf meinen schwanz nicht auf youtube zeigen ja weil sonst wird das video wieder gelöscht so wie fast viele videos von mir gelöscht werden weil ich produziere wirklich non stop neue videos die dir spiel spaß geben also musst du meinen kanal abonnieren weil sonst verpasst du etwas ja ja hier sind meine sachen meine wertvollen sachen die habe ich hier von meinem fahrrad wohnwagen hier in sicherheit gebracht ich zeig dir dann heute jetzt bald wo man fahrrad wohnwagen hoffentlich noch ist und ich werde heute auch zur polizei gehen ich werde heute zur polizei gehen und ja